Der Sprung, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Die Konzentration ist am Ende. Servus Leute und willkommen hier aus Leogang. Ich bin heute mal wieder in die Belgien getuckert. Es ist schon ein bisschen kälter geworden, deswegen habe ich den Fullcent hoodie an, den ihr vielleicht schon auf Instagram gesehen habt. Er ist jetzt online verfügbar, endlich Hoodies für die kalte Jahreszeit auf Fullcent.de sowie die Socken, die ihr gerade gesehen habt. Und genau nächste Woche, ich weiß nicht wann das Video hier online kommt, aber es droppen demnächst noch neue Fullcent Shirts. Sieht mal wieder eigentlich simpel aus, aber es steckt jede Menge Arbeit drin. 100% Bio, Baumwolle, also wie immer kein Scheiß, beste Qualität. So wie der Hoodie auch. Ist schon teilweise wieder nicht mehr verfügbar in den richtigen Größen, aber der Pulli fällt ein bisschen kleiner aus. Also ihr könnt problemlos L nehmen, wenn ihr normalerweise M habt. Weil dann ist der Schnitt einfach, sitzt ein bisschen lässiger, könnt ihr noch ein paar Protektoren drunter packen. Ansonsten ist er eher slim und modern. Alright, let's go. Ciao. Wir testen heute mal den neuen Lift hier. Mega geile Sache. Woah. Woa. Woa. Alter, alter war das sketchy hier, gell, heilige Scheiße. Scheiße, das ist los. Holy fuck. Alter Vater. Ich bin genau auf so einem Stein, auf dem einen der da raus guckt. Hier gehts in die Daune rein. Die wird jetzt etwas glitschig sein. Das hat sich gereimt. Ohohoho. Ich hoffe, ihr seht noch etwas. Ich bin sauber. Jetzt gehts weiter. Und jetzt kommen wir hier auf die Sprünge. Für die es leider zu windig ist. Den Manual gehen trotzdem. Das ist ein Problem. No step. Ein paar Speedjumps. Das ist alles. Zauber machen. Jetzt kommt mir so eine egelhafte Gerade. Zauber machen. Okay. Ja. Fuck. Das ist noch nicht gut. Voll heklastig. So ein bisschen aus der Puste. Ohohoho. Oh mein Gott. So Leute. Ihr habt es gesehen. Konzentration ist am Ende. Das war's für heute. Ich bin die Chicken Line. ein bisschen nass geworden. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich komme nochmal zurück. Dann fahrt das alles gescheit. Bis zum nächsten Mal dann. Haut rein. Schau.